Ich hatte ja schon viele Marken hier vor der Linse. La Sportiva, Scarpa, Edelritz, Simon, Petzl, Orthovox. Aber die hier, die hatte ich noch nie. Hanwag. Heute im Testbericht, also die Hanwag Sirius II. Das hier ist Sirius Black. Und das hier ist der Sirius II von der Firma Hanwag. Nur schwer zu verwechseln. Der Hanwag Sirius II ist ein Bergschuh aus dem Hause Hanwag und ist deutlich unbekannter als Konkurrenten von Scarpa oder La Sportiva. Bevor wir dieses Thema der Bekanntheit aber kurz anreißen und auch den subjektiven Bericht anschauen, schauen wir uns aber besser erstmal die harten Fakten dieses harten Bergschuhs genauer an. Der Hanwag Sirius II ist ein Kategorie-D-Schuh, das heißt voll steigeisenfest. Ungewöhnlich für den Kategorie-D-Brocken ist seine Flexibilität. Denn der Vorfuß ist weniger steif eingepackt, als man das von der Konkurrenz wie dem Nepal Cube oder dem Scarpa Mont Blanc kennen würde. Interessant sind bei Hanwag die fertigen Sohlenmodelle. Das bedeutet, dass eine Sohle einen standardisierten Aufbau hat und je nach Schuh dann eben verbaut wird. Beim Sirius II heißt diese Sohle Vibram Alpine Light. In der Praxis heißt das, dass eine komplette PU-Dämpfung verbaut wird und der Absatz mit PU verstärkt wird. Gleichzeitig ist die Dicke des Außenmaterials, natürlich Leder, auf 2,5 mm beschränkt worden. Das alles zusammen führt zu einem flexibleren Schuh, der trotzdem zumindest bis minus 10 Grad locker die Füße warm hält. Natürlich ist es aber immer noch ein Kategorie-D-Schuh. Soll heißen, dass er eine gewisse Eigenstabilität mitbringen muss, da sonst das ganze Steigeisenkonzept ja nicht mehr wirklich aufgehen würde. So kommt es auch dazu, dass durch den massiven Aufbau 1940 Gramm auf die Waage kommen, was ihn aber nur 40 Gramm schwerer macht, als den berühmtesten Kategorie-D-Schuh, den Nepal Cube von La Sportiva. Was es jetzt noch so an kleineren Details gibt, was die Verarbeitung sagt, was die Erfahrung und die Passform so zeigt, darum geht es jetzt am berüchtigten Techniktisch. So, ich würde sagen, zu Beginn, nachdem der letzte Techniktisch ja schon lange her ist, schauen wir uns wie immer die Passform an, die Sohle, den Aufbau, das Außenmaterial, die Schnürung und dann kommen wir nochmal zu ein paar allgemeinen Punkten. Bei der Passform, wenn ihr euch diesen Schuh mal hier so von der Seite anseht, dann werdet ihr sehen, der sieht ganz anders aus als ein Nepal Cube, der sieht ganz anders aus als ein Scarpa Mont Blanc. Das liegt vor allen Dingen daran, dass, man könnte ja den Eindruck haben, dass er recht klobig wirkt, einen unfassbar hohen Rist hat. Das führt bei Berg schon grundsätzlich immer dazu, dass sie einen klobigen Eindruck machen und gleichzeitig einen schwereren Eindruck, ist aber eigentlich nur ein optisches Detail und hat gar nicht so viel mit dem tatsächlichen Gewicht oder damit, wie leichtfüßig immer mit ihm unterwegs ist, zu tun. Es ist also eine Optik und er wirkt klobig, weil er einen unfassbar hohen Rist hat. In dem Fall muss man sagen, er ist schon wahnsinnig hoch. Das heißt, er ist wirklich für hohe Füße gemacht. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Breite anschauen, kann man auch sagen, er ist für außergewöhnlich breite Füße gemacht. Meine Füße. Also hoch und breit. Grundsätzlich habe ich ja bisher immer einen La Sportiva Nepal Cube getragen. Die sind nicht ganz so hoch und nicht ganz so breit, aber auch tendenziell ein bisschen breiter, tendenziell ein bisschen höher. Er ist aber gleichzeitig deshalb nichts für schmale Füße, nichts für sehr flache Füße, nichts für grazile Füße, sondern mehr was für so Ziegelsteinfüße. Und da fühlen sich die Füße drin wirklich wohl. Es ist ein geräumiger Schuh und man hat fast den Eindruck, er ist ein bisschen zu groß, wenn man normalerweise es gewohnt ist, dass man eher engere Schuhe trägt, weil der ist halt wirklich so ein Komfortschuh. Und deswegen finde ich ihn auch als Kategorie D-Schuh fast schon zu gemütlich. Er hat so ein bisschen den Komfort von einem La Sportiva Equilibrium, falls ihr den kennt, oder einem Scarpa Rebell und das als klobiger, klobiger Kategorie D-Schuh. Was ihn interessant macht und worauf mich auch immer wieder mal Leute ansprechen, wenn sie diesen Schuh haben, ist die wahnsinnige Flexibilität im Vorfuß. Er ist für einen Kategorie D-Schuh, hat er vorne schon wahnsinnig viel Spielraum, Dinge wie das hier könnte man bei einem Nepal Cube beispielsweise einfach nicht machen. Dafür ist er viel zu steif. Der hier hat das dünnere Außenmaterial, trotzdem eine sehr gute Isolation, hat aber das dünnere Außenmaterial, was dazu führt, dass er etwas beweglicher ist und dass sich auch der Fuß innerhalb des Schuhs ein bisschen besser seine eigenen Spielräume schaffen kann, wenn man in ihm drin steht und er vielleicht trotzdem noch nicht so ganz perfekt passt. Der Nepal Cube ist halt mehr so ein Skischuh. Und den schlüpfst du rein und wenn der passt, passt der. Aber der bewegt sich keine Millimeter mehr. Das ist beim Sirius doch ein bisschen besser und der gewöhnt sich über die Zeit so ein bisschen an den Fuß, der drin steckt. Und das macht ihn dann natürlich noch mal ein ganzes Stück bequemer. Schauen wir uns die Sohle an. Von der Verarbeitungsqualität her muss ich sagen, die Sohle ist top. Absolut top. Man merkt, hier wird wirklich viel Arbeit reingesteckt und es gibt eigentlich keine Stelle, wo ich sagen würde, ja, komisch, das ist ein bisschen seltsam verarbeitet. Es gibt einen Punkt, den ich etwas schräg finde, dass er so gemacht ist. Das kann ich euch dann beim anderen Schuh gleich zeigen, dass das ein bisschen seltsam ist. Die Sohle klebt zwar auf der Zwischensohle drauf, Gott sei Dank, aber die Sohle klebt schief. Also minimale Abweichung von, ich sage jetzt mal einen halben Millimeter, merkt man einfach, dass der Gummiaufbau schief ist. Was komisch ist, weil warum ist der schief? Man merkt das an den Rändern, ein bisschen gerade hinten, wo eben die Sohle so ein bisschen leicht schief drauf sitzt. Man merkt das beim Gehen nicht, aber so leicht drauf schief sitzt, dass ein bisschen Kleber fehlt. Logischerweise, weil hier steht es ein bisschen über, hier steht es ein bisschen drunter. Da kommt dann natürlich auch der Kleber wieder weg. Und dann ist es so, ich schätze mal, dass die da, ich sage jetzt mal, einen kleinen Spielraum sich lassen in der Produktion, wie viel noch okay ist. Vorne passt es wiederum komplett perfekt. Also hier ist der Abschluss wirklich auf dem Millimeter genau. Auch an den Seiten ist er überall auf dem Millimeter genau. Ich weiß nicht, wie das hier zustande kam. Diese Sohle wird aus einem Guss gemacht. Warum passt die hinten nicht und vorne schon? Ich bin mir nicht so ganz sicher, woran das liegt. Wie gesagt, es geht um einen halben Millimeter. Das ist mehr der innere Monk, der hier spricht. Es ist kein sicherheitsrelevanter Punkt. Die Verklebung ist einwandfrei. Ich kann hier überall ziehen und ziehen und wenden, wie ich will. Ich werde hier keinen Spalt kriegen, was ganz gut ist bei einem Kategorie-D-Schuh. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Sohle relativ hart ist, was gut ist. Das heißt, man kann mit ihr auch sehr, sehr gut klettern. Man hat nicht das Gefühl, dass man auch aufgrund der Steifigkeit relativ schnell wegknickt oder dass sich irgendwie Stollen verbiegen. So ein klassisches Problem, das ich persönlich vom Äquilibrium kenne, wo sich im Prinzip die hinteren Stollen einfach wegdrücken lassen, auch durch den Felskontakt beispielsweise. Das geht hier alles nicht. Dafür ist die Sohle, der Gummi viel zu hart und das macht ihn natürlich auch sehr sicher. Zum Thema Schnürung. Alles Metall, beziehungsweise eben Aluminium, sehr, sehr gut verarbeitet, sehr hochwertig. Die Laschen sehr großzügig gemacht. Das heißt, man findet auch leicht rein. Es ist nicht so, dass man zum Beispiel nur einen Abklemmmechanismus hat. Wir haben hier wirklich Metalllaschen, die zugedrückt und aufgezogen werden können, damit die Schnürung fixiert werden kann. Das ist alles so, wie man es auch beim Nepal Cube kennt. Das ist eine sehr hochwertige Verarbeitung. Wir haben ganz vorne die Laschen durchs Leder durch und ab dann quasi vernietet. Die Nieten lassen sich reparieren. Beziehungsweise gibt es eben von Handwerk auch diesen Reparaturservice, wenn da mal was sein sollte. Aber insgesamt sehe ich da jetzt keinen Grund, das zu glauben, dass da irgendwas passiert. Was die Atmungsaktivität betrifft, ist der Schuh natürlich Müll. So wie alle Kategorie D-Schuhe. Das funktioniert einfach nicht. Auch, dass man sich hier die Mühe gegeben hat, an der Zunge innen nochmal so ein paar Alibi-halber Luftlöcher zu machen. Man schwitzt darin. Wenn es 20 Grad hat und man unten im Zustieg ist, man schwitzt darin. Fertig. Da gibt es kein, da ist nichts mit Atmungsaktivität. Das ist Leder. Da helfen auch die 50 Luftlöcher da oben nichts mehr. Der ist dicht. Und das ist auch das, was ich an ihm so schätze. Denn wenn es richtig kalt ist oder man einfach durchs Wasser gehen muss, beispielsweise, durch den Gletscherbach durchwandern muss, so wie wir das im Test auch hatten, dann ist egal. Das ist halt einfach das Schöne. Ich stehe mit dem mitten im Wasser und mache dem halt gar nichts. Abgesehen davon, die Lederverarbeitung ist absolut hochwertig. Auch die Verklebung des Geröllschutzes auf dem Leder ist absolut hochwertig. Macht den Schuh insgesamt ein bisschen steifer. Es gibt nirgends den Anschein, dass irgendwo was wegsteht, dass irgendwo sich Kleber löst. Es gab keine Abnutzungsspuren, die schon von Haus aus da waren. Einziger Punkt, einziger Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, als das Ding aus dem Karton kam, war eigentlich, dass es ein paar hellere Lederflecken gab, die ich komisch fand, die ich nicht wirklich zuordnen konnte, wodurch die entstanden sind. Und zwar ist das hier ein hellerer Lederfleck und hier auf der Seite ein bisschen heller. Das war quasi schon von Haus aus mitgeliefert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es hat mich nicht wirklich eingeschränkt. Man fühlt auch nichts. Das ist tatsächlich nur Optik. Ich glaube eher, dass das aufs Färben zurückzuführen ist und nicht so sehr auf eine Beschädigung oder einen Qualitätsmangel, denn man spürt auch keinen Unterschied zum dunkleren Bereich. Ich glaube, das hat eher was mit der Färbung zu tun und würde mich persönlich jetzt erstmal nicht irritieren, außer eben in der Optik. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch anmerken muss, weil ich nicht weiß, weil ich nicht weiß und nicht herausfinden konnte, was das für eine Funktion haben soll, ist das hier. Ich weiß nicht, was diese Lasche für eine technische Funktion haben soll oder was das überhaupt für eine Funktion haben will. soll. Ich verstehe, dass hier im Prinzip der Lederteil und der Lederteil zusammengenäht wurden und auf irgendwas draufgenäht werden mussten. Aber warum der Überstand hier ist, das verstehe ich nicht. Und warum der Überstand nicht angeklebt wurde, verstehe ich auch nicht. Also, ich weiß nicht so ganz, was das ist, weil man konnte ja hier auch die Nähte direkt an dieser, an der, an diesem, ich sage jetzt mal Mesh-Gewebe ist es nicht wirklich, aber halt ein sehr flexibles, weiches Polyester, denke ich mal, angenäht. Weiß ich nicht. Es ist kein Verarbeitungsfehler, es ist gewollt, weil auf der anderen Seite ist es exakt genauso. An- und Ausziehhilfe ist das auch keine, weil richtig festhalten kann ich mich daran nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Stört mich jetzt nicht unbedingt, finde ich aber komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt mal den Technik-Tisch beenden und wir schauen uns jetzt noch den Preis und das Fazit an. Kommen wir jetzt noch zum Preis. Der UVP des Sirius 2 liegt bei 440 Euro. Hört sich nach viel an, ist es aber nicht, zumindest wenn man ihn vergleichen will. Die beiden größten Konkurrenten, der Nepal Cube und der Skapa Montblanc, kommen auf 540 bzw. 520 Euro. Also kostet er bis zu 100 Euro weniger als die Konkurrenz. Aber kommen wir damit zur eigentlich entscheidenden Frage. Kann man diese drei Modelle, Montblanc, Nepal Cube und Sirius 2 eigentlich miteinander vergleichen? Ich würde sagen, jein. Alle drei Modelle erreichen die gleiche Zielgruppe. Alle drei Modelle haben ähnliche Spezifikationen. Trotzdem ist der Sirius massiv unbekannter als die anderen beiden und das liegt vor allem am geschickten Vertrieb. Der Sirius wird in Deutschland gefertigt und in ihm steckt sehr viel Mühe, das sieht man dem Schuh auch an. Doch Sportiva hat Verträge mit allen großen Sporthandelsketten, Skapa ebenso und ist dementsprechend deutlich präsenter. Handwerk hingegen setzt auf kleine Fachläden, die nicht einfach nur in die Hand drücken, sondern auch ernsthaft beraten können. Ein Konzept, das auch andere Hersteller wie Lova oder Meindl aufgreifen. Ob es am Ende funktioniert, darauf gehe ich genauer in einer Podcast-Episode erscheinend am 17.09. ein. Also wenn ihr euch für das Thema Vertrieb im Bergsport interessiert und wie das die Wahrnehmung von Marken unter uns Bergsteigern verändert, dann bleibt da jedenfalls schon mal gespannt. Aber kommen wir mal zum Fazit. Der Sirius 2 ist für breite Füße und Füße mit hohem Riss definitiv die beste Wahl unter den Kategorie D-Schuhen. Er spielt rein technisch in der Top-Liga mit und beweist sich in der Praxis. Dass er bequemer ist als die Konkurrenz und trotzdem in Automatiksteigeisen diese Sicherheit und Performance abliefert, das bestätigt seine Rolle als unterschätzter Underdog definitiv noch mehr. In diesem Sinne bin ich definitiv sehr angetan vom Sirius 2 und mittlerweile dadurch auch von der Firma Hanwag. Wenn euch dieser Testbericht gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch hier. Mich würde interessieren, ob ihr eigentlich Schuhe von der Firma Hanwag im Regal stehen habt oder ob ihr euch denkt Hanwag? Schreibt mir das jedenfalls gern mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.